Heute ist Freitag, der 8. November 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir ein Ü-Ei der neuen Mädchen-Kollektion. Enthalten sein können Spielzeuge, aber natürlich auch Disneys Prinzessinnen. Wenn ihr im Ü-Ei-Fieber seid, besucht gerne unsere Webseite www.unser-sammler-team.de Wir öffnen jetzt das Ü-Ei des Tages für Mädchen, heute für den 8. November. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Für heute wieder besucht auch gerne unser Forum. Ich freue mich darüber. Lasst gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo da. Und wir sehen uns morgen hier wieder bei Jeden Tag ein ÜEi. Schaut gut ins Wochenende. Bis morgen, ihr Lieben. Alles Liebe, euer Stefan. Macht's gut.